Herzlich willkommen im Hotel Hüttenmühle. Frische Farben, gemütliches Ambiente und bequeme Sitzbänke und Stühle lassen die Mühlenstuben im neuen Glanz erstrahlen. Auch unsere stilvoll möblierten Zimmer sind frisch renoviert. Unser Restaurant ist für Frühstück und einzelne Komponenten bio-zertifiziert. Es gibt bei uns ausschließlich Bio-Gewürze und Meersalz. Genießen Sie Malikas vegetarische Küche, Wild aus dem Westerwald und regionale Schmankerl. Überzeugen Sie sich selbst und reservieren Sie einen Tisch. Untertitelung des ZDF, 2020